Grüß euch, Madeka hier. Ich habe jetzt von einer Stunde ungefähr ein Video aufgenommen mit der extrem guten Pepperflame und den Monatshelden, der halt wie alle Monatshelden so la la ist, sagen wir mal. Und es gibt aber andere neue Helden, die würde ich sagen in der Mitte drin angesiedelt sind. Wir haben die saisonale Beschwörung mit den, jetzt schauen wir nochmal, Liebeshelden, sage ich immer dazu, wie nennen sie sie nochmal, offiziell Saison der Liebe, saisonales Event. Ja, ich habe es noch gar nicht aufgemacht, braucht wir uns jetzt nicht anschauen, so. Ah, ich hätte nicht beginnen sollen. Passt. Kommt, früher als erwartet, weil jeder hat eigentlich glaubt, es kommt wieder um den Valentinstag, irgendwann im Februar, aber scheinbar wegen, ich weiß nicht, das chinesische Neujahr, da gibt es ja auch wieder, wahrscheinlich, zumindest, also nicht zumindest, sondern wahrscheinlich genau einen saisonalen Helden. War noch nicht im Beta-Test, aber der wird im Februar kommen, gehe ich stark davon aus. Deshalb jetzt schon die saisonale Beschwörung mit den Liebeshelden. Die waren meiner Meinung nach die letzten guten saisonalen Helden, die rausgekommen sind. Mit Ausnahme von Ukonen, der halt als Denk einer der Besseren ist, oder der kurzfristig der Allerbesten war, ich glaube, jetzt ist er nicht mehr ganz vorn, aber einer der besseren Denks. Eventuell profitiert Ukonen von den Truppen, das kann sein, dass er dadurch wieder deutlich stärker wird, weil wenn man eine Kleriker-Truppe auf ihm drauf hat, dann wird die Heilung immer wieder aktiviert. Das könnte sein, dass das ihn das wieder vorbringt, also wieder stärker macht. Na gut. Dazwischen ist ganz eindeutig der Plan von Small Giant, dass die saisonalen Helden nicht mehr so stark sein sollen, wie sie teilweise in der Vergangenheit waren, weil das manchmal zu Problemen geführt hat. Und zwar sind ja saisonale Helden viel einfacher zu erreichen als andere. Das beginnt einmal mit der höheren Wahrscheinlichkeit, einen zu ziehen, 1,3% davon vorgestellten Helden. Das heißt, im Schnitt hat man mit 225 Ziehungen jeden davon einmal über einen langen Zeitraum halt. Ihr wisst, wie das ist, mit Pech auch noch 1.000 nicht, aber ja, im Schnitt alle 225 Ziehungen. Das ist einmal der eine Grund, warum sie leichter zum Erreichen sind. Und der andere Grund ist, dass man Heldenmünzen einfach viel leichter kriegt. Sowohl als Lute im Spiel, dass, ich weiß nicht, ich kann nicht schwer sagen, wie viele ich wirklich davon gesammelt habe, weil Angebote aktiv mit Heldenmünzen kaufe ich quasi nicht. Aber manchmal, wenn welche dabei sind, dann rechne ich es halt so mit einem kleinen Wert ein und dadurch sind bei mir natürlich auch kaufte ich dabei. Aber ich habe seit dem letzten saisonalen Event, also das heißt, seit dem letzten Liebes-Event fast keine Beschwörungen gemacht in den ganzen Badalen. Es ist ein paar sicher, wenn es recherchieren wollte, ich habe schon ein paar gemacht, aber der Großteil davon ist angesammelt. Es kommen dann sechs Heldenmünzen bei mir jedes Mal bei jedem Herausforderungsevent dazu. Es kommen so viele von den verschiedenen Kisten, ich kaufe alle Kisten immer nach in den Farbkisten, ist oft eine Trainer. Bei Turnieren ist halt in der ersten Belohnungsstufe, hat man eine ganz gute Chance, immer wieder welche zu ziehen und dadurch kommen viele zusammen. Deswegen Sätze habe ich 339 und die Wort immer drauf schon auf ein Portal, wo ich sie wieder einmal einsetzen könnte. Und soviel nehme ich schon mal vorweg, ich werde dieses Mal auf jeden Fall innerhalb dieser vier Wochen, die das dauert, werde ich auf jeden Fall beschwören. Ich weiß noch nicht, wann, ob jetzt dann bald einmal oder erst ein bisschen später, überlege ich mal je nachdem, wen ich wann zu leveln habe und wann ich dann den Ausschuss an Helden für die XP, für andere Helden benötigen kann. So, ich möchte über das Ganze fatal reden, weil sicher manche von den Helden nicht so bekannt sind, obwohl sie halt im Vorjahr schon dabei waren. Beginnen wir mit 3 Stern. Da ist Zarola eine wirklich gute Option, also einer der besseren 3 Stern Helden und insbesondere ist Zarola gut für Events, also 3 Stern Bereich natürlich, weil da unten die Fähigkeit, je weniger Mana die Gegner haben, desto mehr Schaden nehmen sie bis zu 300%. Und Zarola hat einen sehr hohen Angriffswert für einen 3 Stern Helden und dann 300% auf 3, sowas gibt es sonst im 3 Stern Bereich nicht und schon gar nicht in schnell. Deswegen ist Zarola fixer Bestandteil von grünen Event Teams. Das ist meistens nur Ausweichfarbe. Weiterhin ist Blau die stärkste Farbe, Rot ist auch gut. Grün ist dadurch, dass Dölgön 2, also doppelt geladen werden muss für die Schadensteilung, ist jetzt Grün nicht ganz die erste Wahl. Aber wenn Blau gesperrt ist oder von den Gegnern her sich das irgendwie anbietet, dann spiele ich immer wieder mal mit einem grünen Team und dann ist Zarola fix dabei. Zusätzlich ist ja für Turniere, ich finde gerade in der DEV am Rand recht gut, weil sie schnell geladen ist und fest zuhaut, gerade so wie jetzt im Moment gerade. Ich nenne es jetzt blutiger Kampf, jetzt ist zwar grün gesperrt, aber wäre grünen nicht gesperrt, dann wäre Zarola da eine ganz gute Option. Zieht man glaube ich mit relativ wenig 14,2, also im Schnitt jede siebte Ziehung ungefähr ist Zarola. Im Normalfall sagen wir, wenn wir 20 Ziehungen macht, sollte Zarola dabei sein. Jetzt haben wir Voluptas, das war klar mit 5,7 Prozent, genau, also ungefähr jede neunzehnte Ziehung kriegt man Voluptas und die können es gleich wieder vergessen, die ist einfach schlecht. Gibt glaube ich, also jeder der ein bisschen dabei ist beim Spiel, hat viele, viele bessere 4-Stern-Helden, auch viele bessere, viel bessere 4-Stern-Heiler im Normalfall. Ja, also empfinde ich jetzt, weil sie ganz okay, sie ist eh mittelteiter, der Prozentsatz passt eh, aber uninteressant, gibt viel besseres. So, dann nehmen wir die drei Helden, die drei 5-Stern-Helden, die es bereits gibt. Ich beginne einmal mit Cupido, der vorgestellt ist und beginne auch deswegen mit ihm, weil ich ihn habe und besser wahrscheinlich dadurch beurteilen kann, ist auf jeden Fall ein solider Held und ist einer der Helden, die halt relativ zeitlos sind, weil die Fähigkeit des Blockierens, also in dem Fall nicht blockieren, sondern drei Runden lang gedankenlose Heilung zu zaubern. Ihr wisst, das ist das Gegenstück zu dem Alfrike-Effekt, zu blindwütigem Angriff. Also das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass nicht das Ziel, wenn es auslöst, einen eigenen Helden vom gegnerischen Team halt Schaden macht, sondern dass es gezwungen ist, einen Gegner zu heilen. Bitte nicht missverstehen, das ist immer wieder gefragt worden, auch jetzt wieder habe ich einmal die Frage in einer Laiengruppe gelesen, da steht, dass Ziel und Gegner in der Nähe werden, also Entschuldigung, da unten, stellt 20% Leben für den Charakter der gegnerischen Seite mit den niedrigsten Lebenspunkten her. Nicht falsch verstehen, das ist nicht, wenn Cupido einen Gegner trifft, dann steht dieser Text sozusagen auf dem Gegner drauf und die gegnerische Seite ist dann wieder aus dem seiner Sicht die eigene. Sprich, natürlich wird ein Held auf der Seite, also im Team von Cupido geheilt, wenn es soweit ist. Und deswegen ist gedankenlose Heilung, also für die Arteffekt, ist es sicher das Bessere, weil es kontrollig ist, also weil man eher überlebt und das für die, sagen wir mal, für die Idee, die dahinter steckt, am Blockieren der Specials von den Gegnern, halt eher damit besser kombiniert, als wenn der Gegner sich selbst ein bisschen Schaden machen wird. Ja, die spielen trotzdem fast nie, das könnte sie jetzt mit dem wahrscheinlich langsam mehr werdenden Umfeld im Rahmen von den Fünf-Stern-Truppen. Vielleicht ändert sie es, also für ihr einfach geprägt, sollte eigentlich für einen Einsatz mit der Fähigkeit reichen, sagen wir mal. Ja, ich warte einmal, ob was passiert, wie sieht es im Krieg auswirkt, das Ganze, dass die Kämpfe vielleicht länger dauern. Ein bisschen problematisch ist halt, dass es immer mehr Helden gibt, die allen Statuseffekten widerstehen können. Nicht nur wie, Entschuldigung, das habe ich auch nicht gesagt, Passivfähigkeit natürlich bei allen von den Liebeshelden. Er ist immun gegen solche Effekte. Es gibt immer mehr Helden mit Alpha Power Reflekt, also Entschuldigung, Immunität gegenüber negativen Statusveränderungen oder sogar zurückwerfen, das ist natürlich noch schlimmer, das reflektieren davon. Trotzdem wird es immer wieder Teams geben, wo man gute Ziele findet. Also ich empfinde Kupy da als wirklich als soliden, guten Helden, aber eben ein bisschen eingeschränkt, dass er halt bis jetzt ein bisschen langsam war, sagen wir einmal, und dass es halt immer wieder Situationen gibt, wo es nicht leicht ist, wo die Gegner nicht viel von Zaubersprüchen werden können, egal ob von, das war dazwischen Aramis, von Hathor, von ob Dante aktiv ist bei den Gegnern und man dann halt ihn nicht so richtig gut einsetzen kann. Okay. Und jetzt die beiden anderen, die es bereits gegeben hat. Hätten wir jetzt einmal Thonus, das ist einer der stärkeren Rushhelden, vor allem in der DEV. Wenn er, ich muss auch dazu sagen, ich spiele ja jetzt nicht mehr auf dem allerhöchsten Kriegsniveau, also wir sind rein von unserer Stärke, würde ich sagen, sind wir ungefähr die zehnstärkste Allianz, wir sind aber meistens nicht voll und deswegen treffen wir nicht so oft auf die allerstärksten und auch nicht so oft auf jetzt gerade Thonus, der vielleicht doppelt geprägt hat, deswegen kann ich das noch gar nicht so sagen, wie viel das jetzt aus, also wie viel Auswirkung das auf Rush hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Thonus, der doppelt geprägt ist, schon nochmal grausiger ist für die DEV, also für den Angreifer, wenn er in der DEV steht, als wenn du halt, ich weiß nicht, zum Beispiel Luchi steht da oft bei uns auf der Position 1. Wir jetzt nicht genau auf die Rush-Strategie, weil bei den hohen, als bei den stärkeren Allianzen wird ja meistens ein Dispel auf der Position 1 aufgestellt, also Dispel hat immer Verzauberungen vom Gegner zerstören, um eben Taunt oder irgendwas anderes reflektieren, sonst um das wegzunehmen und da ist Thonus halt vielleicht der Beste, ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt nicht genau aktuell damit beschäftigt, aber ist auf jeden Fall einer der Besseren, die man da aufstellen kann. Macht sehr viel Schaden, 360% und wenn eben Boni zu entfernen sind, wird zusätzlich geheilt. Ist auch praktisch, weil in den aktuellen Rush-Devs wieder kaum Heilung steht normalerweise, also zumindest wenn ich nicht irgendeine Meta-Entwicklung verpasst habe, bei uns zuletzt ist keine Heilung in Rush gestanden, außer Aramis. Jetzt gerade weil es dazu passt, Familieneffekt, nochmal die Heilung der Amor-Familie, 20% erhöht. Ich habe zwar selbst nie wirklich das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt beobachtet hätte, dass das jetzt an Mehrwert liefert, aber ganz vernachlässigbar ist es gar nicht, weil wenn das Team so meistens, also die meisten Helden gerade in den Devs erhalten dann diesen Bonus, weil selten da irgendwelche Familienboni stehen und es haben halt schon viele, nein, er selbst kann ja schon mal heilen, aber auch andere Helden stehen oft mit dabei, die heilen können, ein bisschen ein Effekt hat schon, also nicht ganz vergessen drauf, sage ich einmal. Ich persönlich, also ich habe ihn nicht, er würde mich zwar, wenn er gemaxt und fertig wäre, weiterbringen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Ressourcen aufbringen wollte, einfach weil, ja, ich kann halt nicht jeden Helden raufbringen und er ist halt schon was, wirklich nur für Rush, also sonst eigentlich nirgends, weil die 360% Schaden mit den zwar passablen, aber doch nicht ganz aktuellen Stats, sind nicht ausreichend, dass er zum Beispiel bei irgendwelchen Event- oder Turm-Teams oder so irgendwo zum Zug kommen könnte. So, dann haben wir da jetzt noch Himeros, der hat, wie es noch die Bengis aktiv waren, oder aktuell, Entschuldigung, bei mythischen Titanen die stärksten Teams waren, da hat Himeros die Position gehabt, um eben die beiden, die gleiche wie halt Glenda, das halt über diesen Special Boost die Bengis sehr stark werden. Das Problem ist, dieser Special Boost boostet nur zum Beispiel das eigene Special Würder oder boostet er von 460 auf 500% Schaden. Das merkt man schon, ist relativ gesehen kein großer Boost. Wenn ein Flächenschaden kommt, der auf jeden Helden vom Gegner, sagen wir 100% Schaden macht, dann wird daraus 140 und es ist ein ordentlicher Boost. Und wenn ein Bengi schießt, der mit den meisten Treffern hinten, die ganzen kleinen Treffer, die hinten angereit sind, damit vielleicht, ich weiß nicht, 30% Schaden macht, dann heißt es plus 40 auf einmal, dass der kleine Treffer hinten mehr als doppelt so viel Schaden macht als vorher. Und deswegen ist Himeros, beziehungsweise die Fähigkeit mit Bengi sehr mächtig, mit den meisten anderen Helden aber nicht gar so viel wert. Himeros selbst ist aber auch sonst ein guter Held, weil ihn sehr schnell Pony entfernen, ordentlicher Schaden und dann halt noch das Extra hinten nach, ist auf jeden Fall gut. Also war er in, glaube ich, sicher einige Zeit wäre er gut einsetzbar gewesen. Er ist auch manchmal in Deaths gestanden, ein normaler, also sogar in Rush, obwohl er langsam ist, obwohl er sehr schnell ist und bei Rush das ja meistens nicht reicht für sehr schnelle Helden, aber eben durch die Fähigkeit, dass man entzaubert, dass er immun ist gegen irgendwie Blockierungseffekte und so weiter. Immer wieder mal in Deaths, eben wie gesagt in Deaths und ja, ich glaube nur, dass diese sehr schnellen Hitter mit den neuen Truppen eher schlechter werden. Jetzt, also es ist alles im Umbruch, es ist schwierig zu prognostizieren, aber wie soll man sagen, wenn jetzt in absehbarer Zeit wird das überall so sein, auch im Mittelfeld, vielleicht nicht wirklich weit hinten vom Stärkenniveau, weil im Mittelfeld werden bald die viele der Gegner Fünf-Sterntruppen haben. Also ich sage mal, ein Zeithorizont in einem halben Jahr oder so oder früher sogar, weil wir es mit einem eintauschen. Und dann braucht man jetzt schon mehrere Helden, um ein Ziel auszuschalten, also mehrere solche sehr schnellen Helden und dann werden wahrscheinlich auch zwei Himeros, also man wird sich kaum zusammenspielen, aber selbst wenn man zwei solche sehr schnelle Shooter einsetzt, wird wahrscheinlich nicht ein Ziel sterben, wenn es nicht vorher schon ordentlich Schaden genommen hat. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob er jetzt noch so stark ist, aber generell oder sicher, dass wir eine See, obwohl, keine Ahnung, ähm, ähm, ja, also wie gesagt, war vorübergehend auf jeden Fall sehr guter Helden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt in Zukunft noch so bleiben wird. Und jetzt schauen wir zu den drei Neuen. Beginnend bei, sagen wir mal, Carbayroy, jetzt hätte ich mich vorbereiten sollen, ist wahrscheinlich auch irgendein, auch Edelbar, irgendeine Gottheit, irgend sowas wird fast so sein, ich bin nicht damit beschäftigt, leider. Eros ist offensichtlich ein liebes Gott, na gut. Also Carbayroy ist langsam, immer das gleiche, langsam, eher Richtung Rush. Bei Mittelschnell möchte ich fast ein bisschen das wegnehmen, das wird jetzt, wie gesagt, wird alles ein bisschen langsamer, dadurch kann es sein, dass Mittelschnell überall wieder ganz gut spielbar sein wird. Aber langsam bis auf Weiteres ist schon a Rush, also a Rush limitiert. Füge dem Ziel, also fügt dem Ziel 200% Schaden zu. Das Ziel hat gedankenlose Heilung, so wie ich vorher beschrieben habe bei Cupida. Ja, ein blindwütiger Angriff, der eher ein bisschen besser als schlechter ist. Und dann verursacht 200% Schaden an drei anderen zufälligen Gegnern. Alle getroffenen Gegner werden drei Züge lang gezwungen, gedankenlose Heilung zu wirken, wenn Mana voll ist. Also, ein Ziel nach Wahl des Spielers und von allen anderen, die dann leben, werden zufällig drei Ladungen verschossen. Schauen wir mal, dieser Effekt zielt auf denselben Gegner wie der erste Gegner, wenn es keine anderen gültigen Ziele gibt, ja. Es kann aber natürlich sein, dass die anderen drei Ladungen dreimal den gleichen Gegner treffen. Ist dann, in den meisten Fällen wird das eher schlechter als besser sein, sage ich einmal. Offensichtlich kann man den Helden gut mit der allseits bekannten Alfricke vergleichen. Und jetzt schauen wir mal, was Alfricke macht. Also, ihr seht jetzt da insgesamt vier Ladungen, davon die erste kann man anzielen mit 200% Schaden. Jetzt gehe ich raus. Ich habe Alfricke, bei Bedarf sogar im Kostüm, wobei ich das Kostüm nicht ganz raufgebracht habe. Normale Alfricke, 200% Schaden, genau gleich. Und wirft fünf Schattenwürfel auf zufällige Gegner. Von Anfang an ist er zufällig. Das ist, wenn man es aktiv spielt, sage ich einmal, wenn man selbst der Angreifer ist und zählen und auswählen kann, wer anvisiert wird, dann ist meiner Ansicht noch, Kabairoi hat dann den besseren Effekt. Weil Kabairoi, man kann zumindest einen Helden aussuchen, der fix Schaden nimmt. Bei Alfricke im Angriff ist das Problem, also inzwischen hat sich das Meta geändert, aber früher, wie bei den Gegnern, immer Alfricke als Denk gestanden ist. Und wenn ich mit der eigenen Alfricke Angriffen habe, dann ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, ungefähr ein Drittel, jetzt ist man gerade nicht aktuell ausgerechnet, aber ungefähr in der Größenordnung, dass die Gegner, also sogar ein bisschen über, glaube ich, er tritt so 6,7 Prozent würde schätzen, dass die gegnerische Alfricke nicht getroffen wird. Da ist dann immer so, so habe ich nicht getroffen worden und halt so blöd. Aber das ist halt das Risiko. Das kann passieren. Und ja, das passiert mit Kabairoi nicht. Da wird halt der eine Helden, bei dem es am wichtigsten ist, dass er nicht auslöst, der wird auf jeden Fall blockiert. Wenn es in der DEV zum Auslösen kommt, würde ich sagen, sind fünf zufällige Würfel von Alfricke schon besser als einer und dann drei Würfel auf zufällige andere Ziele, weil es ist jetzt nicht, also vier zufällige Ziele wären natürlich ein bisschen schlechter als, so wie es bei Kabairoi ist, dass ein Ziel fix ist und dann drei zufällige verteilt werden. Aber trotzdem, glaube ich, in Summe ist der schon so 5 zufällige von Alfricke besser. Nichtsdestotrotz hat Kabairoi klar die Nase vorn, auch in der DEV, weil er halt diese Passivfähigkeit hat, so wie alle Liebeshelden, dass er selbst immun gegenüber solchen Effekten ist. Also ja, es ist sowas wie eine moderne Alfricke, sag ich jetzt einmal. Das Problem ist nur, dass diese Fähigkeit, also ganz bei Rush jetzt deutlich schwächer geworden ist, weil überall Statuseffekte dabei sind, die diese Fähigkeiten blockieren. Und ja, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung haben viele, zumindest von den größeren Accounts, mehrere Möglichkeiten, das zu verhindern oder gar zurückzuwerfen. Und deshalb würde ich sagen, auf einem höheren Niveau ist Kabairoi nicht. Also wird, glaube ich, nicht in die DEVs finden, obwohl es natürlich so über die Passivfähigkeit prinzipiell interessant wäre, aber da gibt es einfach inzwischen andere Helden, die gespielt werden. Und jetzt im Angriff, ja, ich meine sicher eine von vielen Optionen gegen Teams, die halt gerade nicht mit Milady de Winter und mit Aramis bestückt sind. Also dann auf jeden Fall, also wenn man nicht auf so ein Team trifft, dann ist er ein sehr starker Angriffsheld. Das Problem ist nur, dass im vorderen Bereich EDF diese Helden drin hat und dann ist halt, sagen wir, eine ziemliche Zufallsgeschichte, ob ich ihn vorher auslösen kann oder nicht. So, dann schauen wir uns als nächstes Eros an. Ich finde irgendwie, interessant, ich meine, jetzt rein so flavormäßig wie die ganzen Helden-Designs und so weiter, ist sowieso ein bisschen komisch, aber warum jetzt Eros ein lila Held ist, wie das zusammenpassen soll, dass sowieso von diesem Liebes-Event jetzt mehrere lila oder Sonos auch noch, ja, gut. Irgendwie finde ich es, ja, im Wald ist mir wurscht, das Ganze, also ob das jetzt zum Thema passt oder nicht. Mir geht es ja mehr um die Werte und so weiter. Was ist jetzt bei Eros? Sehr schnell, gleich wie vorher der Kollege mit den Namen, das ist immer ein Problem, Him-Eros. Eros, Him-Eros, okay. Fügt dem Ziel 465% Schaden zu. Mit ganz aktuellen Starts, 1262 ist 30 Punkte oder 29 Punkte niedriger als der ganz neue Goblin hat. Also das ist ungefähr das, was so die saisonalen Events ein bisschen drunter angesiedelt sein, sollen auch von den Werten, sagen wir mal, vernachlässigbar, die 30 Punkte sind nicht so wichtig. Sehr schnell der Schaden mit den Starts ist, sagen wir mal, okay. Und jetzt aber noch, der gesamte erlittene Schaden des Ziels wird für zwei Züge um 40% erhöht. Das ist also der bekannte Franz-Effekt. Franz hat es und Hämmerdask hat es und Basta hat es und weiß nicht, sicher, ich weiß jetzt gar nicht, hat es noch jemand, wohl die Feinde von der Grünen, von Snowball, von der Grünen Katze. Also, was wollte ich jetzt herzeigen? Vergleichbare Helden. Ich finde einmal ganz gut vergleichbar ist Gortus. Den habe ich einfach gepragett. Sicher könnte man rein vergleichsweise, wenn er doppelt gepragett wäre, hätte er wahrscheinlich ungefähr 1240 Angriff für die Schätzen. Natürlich hält er deutlich weniger aus, weil ich halt auf Angriff gegangen bin. Da steht dann eben mit niedrigerem Angriff, hat er 430% Schaden, macht 45% Deathdown für zwei Züge. Erinnert sich, der andere hält 40% mehr Schaden. Das ist wahrscheinlich ungefähr vergleichbar. Wenn der erste Deathdown, wenn der voll zählt, ist das eher sogar ein bisschen mehr wert, also ist sogar mehr wert als plus 40% Schaden. Warum Gortus aber schon vielleicht eben als kontrolligerer Held vielleicht teilweise besser ist, bei normalerweise jetzt im Krieg und im Inhalt Raids und so weiter, ist, dass das Ziel für zwei Züge kein Mana erhält. Und das ist schon eine recht flexible Möglichkeit, um halt auf manche Sachen, ja, außerhalb vom normalen Gameplan, den man hat vielleicht manchmal einzugreifen. Normalerweise spiele ich Gortus immer wieder gemeinsam mit Aramis und mit, ähm, wo haben wir ihn, mit Thurguk, da, mit Thurguk, mit dem könnte man nämlich dann auch vergleichen. Da ist immer die Idee, die zwei sehr schnellen Helden laden, schießen ein Ziel weg. Hoffentlich kriegt man irgendwann drei weitere Steine, dann kann man mit Aramis irgendwas anschießen, dann wieder drei weitere Steine, dann ist es sehr schnell geladen, das harmoniert sehr gut, sehr schnell mit mittelschnell. Hätte ich den, jetzt haben wir wieder bei den Namen, den fünf Stern sehr schnellen Shooter gemaxst, könnte ich die Ressourcen aufbringen dafür, dann wäre das noch mehr Stärkung von diesem Team. Das ist nur der Vollständigkeit, aber jetzt ärgert es mich selbst, dass mir die Namen dann oft konjunkt sind. Ne, die Helden, wenn ich nie damit zu tun habe, ich vergisse es einfach bei bald tausend Helden. Ähm, das Team hat die letzten, oder hätte, gerade mit Konju, wenn ich ihn hätte, aber selbst in meiner Variante, hat es recht gut funktioniert, ist aus Dexa. Das Problem ist nur, ich glaube, es wird jetzt mit den Fünf-Stern-Truppen einfach zu wenig sein. Da wird zu wenig Schaden durchkommen und da wird was kontrolligeres vielleicht besser sein, beziehungsweise wenn, dann ist ja gerade, wie gesagt, die Fähigkeit von Gortus, das Aufhalten für zwei Züge ist ja gerade ein bisschen kontrollig. Also das muss erst schauen, wie sie das anpasst. Jetzt schauen wir uns auch wieder den neuen Eros an. Ähm, eben zwar mehr Schaden mit dem Special, vielleicht ein bisschen weniger Schadenserhöhung. Gemeinsam mit dem viel höheren Stats und so ist er auf jeden Fall auch spielbar im Angriff, in der Defnet, aber im Angriff in Kriegen. Vor allem eben in solchen Kombinationen mit anderen sehr schnellen Helden, um einzelne Helden rauszusnipen. Und sonst halt mit mittelschnellen Helden, wo zumindest wo die Mana-Generierung, wo das gut zusammenpasst. Zusätzlich sind ja sehr schnelle Helden, da reichen die neuen Fünf-Stern-Truppen aus, um sie für sechs Steine zu laden. Ja, also ist da auf jeden Fall gut. Warum aber Eros für mich jetzt besonders interessant ist, ihr könnt es euch eh schon denken, ist diese Erhöhung des Schadens, die für mythische Titanen halt was ganz Tolles ist. Man spielt in jeder Farbe, also man muss in jedem Angriff quasi, also wenn man vorn, also einen hohen Schaden erzielen will, muss man diesen Effekt dabei haben. Der ist so viel mächtiger als irgendein Angriffsboost oder ein weiterer Def dann, ähm, in der Situation dann. Wenn schon viele Def dann drauf sind und viele Angriffsboost drauf sind auf den Helden, dann ist diese Schadenserhöhung viel mächtiger als irgendein weiterer von den anderen Fähigkeiten. Jetzt sind es nur 40 Prozent bei Franz und Hammerdask sind es 50. Das heißt dann natürlich, dass Eros nur in lila Teams den Vorzug kriegen wird. Genauso wie Basta nur in roten Teams jetzt Teil der stärksten Teams war. Rot kann man vielleicht beim nächsten mythischen Titanen mit Chameleon gemeinsam spielen. Also ich gehe fast davon aus, dass ich ein paar Angriffe damit machen muss, weil ich nicht so viele gute grüne Helden habe. In lila ist das eher ein netter Fall. Das sind diese Teams, man könnte schon mit Chameleon oder Nornen und jeweils anderen angreifen, also in dem Fall lila Titanen mit Eros, aber die sind eher nicht mehr mächtig genug, beziehungsweise sind die lila, ja, also im Endeffekt geht es darum, um den einen, ja, aber die lila Teams sind sehr mächtig. Es könnte schon sein, dass das für den lila Titanen dann auch interessant wird. Wer immer in jedem Team, mythischen Titanen-Team des lila ist, wird Eros zumindest Stand jetzt ein fix Bestandteil sein, weil halt die Fähigkeit, ja, nicht durch andere, durch einen anderen Helden ersetzbar ist. Es war im Beta-Test ein super Elementar-Held in lila, der noch viel unfairer wäre und völlig überbaut ist für mythische Titanen, bei dem ich stark hoffe, dass er nicht umgesetzt wird, was aber natürlich nicht sein wird. Sie werden ihn natürlich rausbringen, damit viel Umsatz gemacht wird. Da ist sowas wie ein Miki, Dadlack, Sergej, Schakai, also ein hoher Angriffsbus, sogar bis zu 200 Prozent und gleichzeitig diese Fähigkeit dazu. Also einfach völlig unfair. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn der so kommt, müsste man sich um den bemühen als Titanen-Spieler, also als jemand, der sich dafür interessiert. Das Problem ist, der kommt so selten. Und Eros jetzt wird relativ leicht erreichbar sein, zumindest für spätere Teams, selbst wenn nicht den anderen, ja, wobei, wenn der andere ist, glaube ich, so mächtig, dass man es in alle zwölf Angriffe einsetzen wird. Ja, muss ich mal anschauen, weil es wirklich so wäre. Aber zumindest Stand jetzt ist Eros für lila Titanen-Teams das Beste und würde, wird auch in jedem normalen Lila Titanen-Teams für die täglichen Titanen einen guten Platz finden. Ja, die beiden waren ja vorgestellt, wie gesagt, vorgestellt, jede 225. Erziehung. Nicht vorgestellt haben wir da jetzt Edelbar und die ist gemeinsam mit zwei anderen fünf Sternen-Helden, die nicht vorgestellt sind, haben wir da 0,3%. Das heißt, da haben wir die gleichen, für einen bestimmten davon 0,1% wie für die Super-Elementar-Helden. Also eine verschwindend kleine Chance im Schnitt, jede tausendste Ziehung. Was haben wir? Die gleichen Familien- und Passiv-Eigenschaften. Ego mittelschnell fügt dem Ziel und nahen Gegner 325% Schaden zu. Rein als Schaden betrachtet, also wenn man das anschaut, wäre das jetzt relativ wenig. In mittelschnell sehen wir jetzt schon 400, ich weiß nicht, ob schon mehr in dem Bereich halt und zusätzlich dann immer bei den Helden nur böse andere Fähigkeiten. Dann haben wir Wirkern verbündet, in der Nähe erhalten, vier Züge, tausend Gesundheit, nach vier Zügen, Entschuldigung, nicht über vier, sondern nach vier Zügen, tausend Gesundheit zurück. Wenn der Effekt vor Ablauf der Dauer entfernt wird, erhalten Sie stattdessen 1300 Gesundheit. Erhalten zurück, also keine Überheilung. Das ist natürlich, ja, ich meine, man sollte jetzt sagen, das ist bei so einer hohen Heilung, wollte ich jetzt sagen, ist das weniger wert, oder weniger wert ist es sowieso, aber gerade wenn die Heilung so ein großer Betrag ist, dann würde es halt oft passieren, dass der Held oben ansteht mit den Lebenspunkten und der Rest vielleicht als Überheilung, das wäre mehr wert. Wie gesagt, über kurz oder lang sind die Fünf-Stern-Truppen unterwegs mit 40% oder tatsächlich sogar mit 44,75% mehr Lebenspunkten, sind 1000, gar nicht einmal so viel, da haben alle Held 3000 Leben. Gut, also natürlich, wenn man vergleicht mit anderer Heilung, mit absoluter Heilung ist die Zahl hoch, aber erst vier Stunden, vier Züge später, das muss der Held erst einmal überleben. Der Wirker und Dahl verbündete führen vier Züge lang Gegenangriffe mit 125% des erlittenen Schadens aus. Jetzt haben wir bei dem Thema Gegenangreifer, ich war meistens kein besonderer Freund von Gegenangreifern, verglichen mit den meisten anderen Spielern zumindest. Gerade im hinteren Bereich sind sie, glaube ich, sehr beliebt, da noch immer wahrscheinlich. Im Angriff finde ich sie eh tatsächlich ganz gut, also eh, wenn man steuern kann, gegen wen man spielt, wenn der Gegner jetzt nicht irgendwelche Verhinderer, also die Dev, wenn keine Helden drinstehen, die Statuseffekte verhindern, oder ja, die halt Flächenschaden vor allem haben, vor allem gegen Flächenschaden ist Rückstand im Rückschlag immer gut. Dann ist Rückschlag auch im Angriff was Gutes. Ich finde nur die Rückschläge, also im Angriff diejenigen besser, die irgendwie das Überleben auch erhöhen. Also wo man nicht sagt, so jetzt Rückschlag ist eingeschaltet und haut es auf mich drauf, sondern die auch noch irgendwas einbaut haben, eine sofortige, sage ich, Heilung, weil es bringt nichts, weil noch vier Zügen ist entweder, das ist schon passiert in die eine oder die andere Richtung im Normalfall. Also entweder für die, ja, entweder sowas oder der Effekt wie bei Siv in beiden Formen, glaube ich, oder wie bei, was haben wir bei Zyprian im Kostüm, glaube ich, im Doppelkostüm. Da wird Schaden verhindert an den Helden und zusätzlich auch noch irgendwas anderes unangenehmes gemacht, sage ich einmal. Also ich glaube, wie soll man sagen, die Gesamtkombination mit doch gar nicht so wenig Schaden, mit der Aussicht auf Heilung und mit dem Rückschlag klingt eh ganz fein, aber ich glaube, dass wenn man ein Team wirklich drauf aufbaut auf dem Rückschlag, dass es da vielleicht besser ist, Siv zu reaktivieren. Ja, oder auch nicht, vielleicht nicht. Also da beim Einschätzen relativ schwer, gerade im Zusammenhang jetzt eben mit Meta-Veränderung mit den Fünf-Sterntruppen. Einfach, weil es halt schwieriger ist, auf konventionelle Weise durchzukommen, Schaden zu machen und dann Rückschlag schon eine Möglichkeit ist, das Ganze zum Gehen. Ich würde nur, wenn ich mit Elva spiele als Rückschläger im Angriff, würde ich schon, glaube ich, an Heiler gleichzeitig spielen wollen. Also irgendwann in der gleichen Farbe, nämlich der dann gleichzeitig geladen ist. Ja, damit das ein richtig guter kontrolliger Effekt ist, wie der dann öfter sagt. Jetzt gibt es, das gibt es in Rot mittelschnell. Ja, ein paar gibt es eh. Ich habe nur keinen richtig, keinen, sagen wir mal, der würdig ist, auf hohem Niveau gespielt zu werden. Ja, jetzt bin ich eigentlich mit allen Helden durch. Und wenn es vergleicht mit den letzten saisonalen Portalen, empfinde ich es einfach als bessere Auswahl als meistens. Für mich persönlich jetzt ist zwar eigentlich wirklich, also Eros würde ich gern ziehen und in Wahrheit ist nicht für anders, was mich wirklich so richtig weiterbringt. Wie gesagt, Sonos würde mich weiterbringen, wenn er fertig wäre, auch Himeros vielleicht, aber das ist alles mit den Materialien schwierig und in Wahrheit werde ich da notfalls an Haufen Heldenmünzen einsetzen, um Eros zu ziehen. Ich glaube aber, dass für ein bisschen schlechtere Accounts, sagen wir im Top 100 Allianz Bereich noch, werden schon mehrere Helden dabei sein, die euch weiterbringen können. Und zumindest jetzt zu Weihnachten war das, finde ich, nicht so der Fall. Also Jincha, ich habe so ein bisschen Anzeige unterschätzt bei Jincha, das war immer zu dem Zeitpunkt noch nicht so überlegt gehabt, dass Jincha beim mythischen Titanen, beim Blauen wahrscheinlich auch ziemlich guter Held sein wird. Weil da gibt es ja kein Devdown und Jincha löst für jeden Helden im Team, der das Special aktiviert, einmal aus. Da wird es ein guter Held sein, aber ich glaube, also ich habe Pflicht Held oder so. Und ansonsten, ich finde, da war nicht so viel. Ja, ja, Jincha ist schon gut gewesen, aber ja. Oder ist gut, aber nicht. Ah, das ist einfach nicht mehr aktuell von den Satz her und so weiter. Und davor zu, ich meine, war Alu Karte eigentlich zu Halloween das Bessere. Und der ist halt, wenn nicht ein Meta ist mit vielen Minions, ist er nicht mehr so stark. Und bei Kali Wahler, das Gleiche eigentlich bei jedem saisonalen Event in letzter Zeit, mit Ausnahme von Ukonen, der es denkt, sehr gut ist, waren eigentlich keine besonders starken Helden dabei. Und jetzt gehe ich davon aus, dass das in Zukunft auch so sein wird. Und ich werde auf jeden Fall innerhalb der vier Wochen, und dieses Event dauert, etliche Ziehungen machen. Es kommt jetzt, ich glaube, die Woche noch, kommt eine nächste Beta-Testrunde raus. Und die nächsten Wochen dann immer wieder, also wird ein paar Tage lang eine Version getestet. Und es wird ziemlich sicher einmal zumindest der neue Lunar Event Held rauskommen. Und ich werde, glaube ich, mit meinen großen Ziehungen bis dahin warten. Weil ich würde mich schon ärgern, wenn ich sage, ich will jetzt Eros ziehen und ich verbrauche da jetzt 200 Münzen, weil ich eben der Meinung bin, ich wie in Zukunft kann besseren Einsatz finden für die Münzen. Und dann höre ich aber, der Lunar Held ist einer, den ich halt unbedingt haben möchte. Ja, das heißt, ich werde ein bisschen warten und dann beschweren. Und ich glaube, wie gesagt, dass für die meisten Spieler eigentlich da die Münzen aufzubrauchen, ganz gut wäre. Jetzt wollte ich aber noch über was anderes reden. Wir haben da Chance auf perfekte 10 Perfect 10 Bonus. Das ist ein Versuch von Small Giant, das in dem Portal mit Münzen beschworen wird. Jetzt schauen wir uns an. Ich habe jetzt gesagt, man kriegt Heldenmünzen einfach wirklich mit Abstand am günstigsten verglichen mit anderen Beschwerungswährungen. Das ist auch in den Angeboten so. Es war zwar jetzt zuletzt zu Weihnachten in diesen saisonalen Angeboten da, waren weniger Münzen drin als früher. Früher waren ganz oft Münzen drin, acht Stück um sechs Euro. Jetzt zu Weihnachten waren glaube ich ein paar mal vier Stück für drei Euro, also gleicher Preis. Aber sie sind oft dabei in verschiedenen Angeboten sonst wo ein paar Münzen dazugelegt werden und im Verhältnis, wenn man es sich ausrechnet, sind die immer deutlich günstiger als andere Beschwerungen. Das heißt, wenn man damit, es werden ja ganz sicher in den vier Wochen einige Angebote mit Münzen kommen. Wenn man beschwören will, dann muss der Mehrwert von diesem Angebot müsste schon sehr hoch sein, dass es Sinn macht für Juwelen zu beschwören, weil ihr um die gleichen 2600 laufend in Topportalen beschwören könnt. Ich könnte um die 2600, jetzt nicht ganz, weil da kostet 3400, könnte ich bei Goblins beschwören, wo so ziemlich jeder Goblin mit Ausnahme von Kessel und Boom und Feng besser ist als, fast ja, aber die meisten sind besser als der beste Saisonale Held. Sprich, wenn ich schon Juwelen habe, ich wäre, Entschuldigung, falls das auf jeden von euch zutrifft, aber es wäre dumm dort zu beschwören und nicht da bei den Goblins oder beim Dreikönigreich-Portal oder vielleicht in Atlantis Uprising oder wie sie es nennt. Na, Entschuldigung, not Uprising in an Toll Tales, sollte ich sagen, Entschuldigung. Also in solchen Event-Portalen. Aber, was bedeutet jetzt diese Chance auf Perfekt denn? Wenn man sich so richtig durchdenkt, eigentlich nicht viel. Bitte, bitte lasst euch nicht verleiten von diesen Screenshots, die ihr sicher irgendwo sehen werdet, wo jemand diese perfekte Beschwörung gezogen hat. Natürlich ist das super, man kriegt einen saisonalen Helden, ein Buch des Aufstiegs, das ist also so viel wert wie 8 Aufstiegsmaterialien und ein bisschen Schinken, also 8 Vierstern-Matz. Ist immer die Frage, wie teuer man die Uhr bewertet, wie viele man hat. In meiner Rechnung ist ungefähr ein Vierstern-Material ungefähr 5 Euro wert. Legendäres Buch der Erfahrung, ja, wird für die meisten nicht so wichtig sein, ihr wisst, damit kann man Helden von Stufe 4, 1 auf 4, 80 bringen, ohne Nahrung und Futterhelden. Episches Buch der Goldenen Wappen, da hätten es ruhiger, oder ist das eh schon das Beste? Nein, da hätten es ruhiger Legendäres geben können, so toll ist das epische gar nicht. Für mich jetzt hätte es nicht viel Mehrwert, ich habe überall genug Wappen und auch 10 Nahrungspakete. Wenn man sich das ausrechnet, wie man es sonst verkaufen kann, hat das einen Wert von 3, 4 Euro. Warum habe ich jetzt so ein Euro gerechnet? Die Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt bei einer 10er Beschwörung ist 2%. Mit anderen Worten, in jeder 50. Beschwörung. Jetzt ist es aber ein 10er, das heißt 50 mal 10 sind 500. Man muss 500 mal, also 500 Beschwörungen braucht es, um im Schnitt eine solche Perfekte zu kriegen. Wenn man sich das ausrechnet, 500 Beschwörungen um die Juwelen, das sind, habe ich das da gemacht, da habe ich es gemacht, das sind 130.000 Juwelen. 130.000, je nachdem welche Angebote man kauft, kostet das ungefähr 200 Juwelen um 1 Euro, sage ich einmal, wenn man die Besseren erwischt, das wären dann 650 Euro. Und wenn man sich das jetzt ausrechnet, der Mehrwert dadurch, das da oben, selbst wenn ich großzügig bin, sagen wir 50, ich weiß nicht, selbst wenn ich sage, das sind, das sind es nicht annähernd, selbst wenn das für 100 Euro Mehrwert werden, verglichen mit anderen Angeboten und Normen, das sind es nicht annähernd, dann wird man trotzdem 550 Euro zahlen für diese Beschwörungen. Und innerhalb, jetzt, Entschuldigung, ihr habt es jetzt, jetzt wird es natürlich jemand sagen, ja, aber da sind ja auch ein Held dabei, ein Event hält. Ja, weil die Event-Helden sind zu, in Summe, also 1,6% in einer normalen Beschwörung dabei. Wenn man sich das jetzt ausrechnet, in der Zeit innerhalb der 500 Beschwörungen, die es benötigt, um einen so zu kriegen, hat man auch im Schnitt 8 Event-Helden gezogen. Das heißt, man kriegt halt statt 8, 9 Event-Helden, sind halt ein bisschen, so wie 12% mehr, irgend sowas, an Event-Helden. Und man hat halt eine kleine Aussicht, also die gleiche Wahrscheinlichkeit, halt dort diese Bonus-Materialien zu ziehen. Das ist aber nicht einmal annähernd so viel wert, wie andere Portale als Gegenwert liefern, wenn man mit Juwelen beschwert. Also wie gesagt, bitte beschwert es da nicht mit Juwelen, setzt eure Heldenmünzen ein, ich glaube, dafür ist es portal gut. Es sind mehrere gute Helden dabei, vielleicht nicht für die Spitze, aber doch insgesamt gesehen gute Helden. Aber diese Perfect Ten soll nur verleiten, dazu beschwören, was absolut von der Erwartung her, was man ziehen kann, ein Blödsinn ist. Jetzt noch einmal rückgehend, wenn ich das Gleiche, wenn ich diese 2600 Juwelen einsetze, beispielsweise bei einem Turm. Da sind fast immer tolle aktuelle Helden dabei. Vielleicht nicht immer, aber ich muss ja nicht bei dem Turm beschwören, wo sie nicht dabei sind. In der gleichen Zeit habe ich zu 1%, entschuldige, zu 1,3% oder 1,3% oder 1,6%, bin ich mir jetzt nicht einmal sicher. Aber nehmen wir das Vorsichtigere, zu 1,3% einen Event Helden. Innerhalb von 500 Beschwerungen hätte ich dann 6,5 Event Helden. Und 6,5 Event Helden von diesen aktuelleren, guten Portalen, wo man sie aussuchen kann, in welchem Portal, sind viel, viel mehr wert, als bei so einem saisonalen Event, die 8, oder dann in dem Fall 9 Helden mit der perfekten Beschwerung. Ja, also, jetzt habe ich ein paar Mal gesagt, lasst euch nicht dazu verleiten, da drauf zu drücken. So, ich glaube, das war es fürs Erste. Jetzt werde ich mich weiter ans Farmen in Atlantis machen. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang erwähnt, dass das Atlantis-Portal, glaube ich, nicht wollte, übersprünglich natürlich grausig ist. Also, da könnten fast, selbst wenn die Helden alle vorgestellt sind, die die noch besten wären, die vorgestellt sein könnten, wäre es für mich also völlig falsch, dass man zieht. Und in dem Fall sind halt auch nur Helden vorgestellt, die wirklich nicht interessant sind. Deswegen, bitte macht es wie ich. Hebt es euch einfach auf, vielleicht kommt irgendwas einfach, ja, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit, dass was Tolles reinkommt, ist vielleicht nicht so groß, aber umgekehrt, vielleicht kommen irgendwelche Thunkostüme, wo dann manche von den Helden vielleicht eine Ariel mächtig wird damit oder, keine Ahnung, Dettys ein Kostüm vielleicht einmal verpasst kriegt, irgend sowas. Aber aktuell würde ich in dem Portal nicht beschweren. Also, ich mache mir jetzt dann ans Farmen. Übermorgen kommt das Allianz-Quest und wir wollen wieder Erster werden. Ich werde es zwar nicht ganz übertreiben, also das Farmen hat natürlich damit zu tun, dass man dafür sehr viele Materialien braucht und die holt man sich eben beim Farmen in Atlantis, weil es dort am günstigsten ist. Ja, macht es gut, bis bald.